Eier, 11 Päckchen, Vanillin, Zucker, 1 Salz, 1, 250 Gramm, Mehl, 1, eine türkische Lira, Backpulver, 1150 Milliliter Milch, 1, 2 Bananen, 13 Esslöffel Haselnusskerne, 12 Esslöffel Butter, 4 türkische Lira, flüssiger Honig für 4 Personen, I035 Zubereitung, Proportion ca. 470 Kilokalorien, 13 Gramm EW, 16 Gramm F, 70 Gramm K. Die Eier mit Vanillin, Zucker und Ibrise Salz mit den Schneebesen des Handrührgerätes verquirlen. Mehl und Backpulver mischen und abwechselnd mit der Milch unter die Eier rühren. Die Bananen schälen und diagonal in Scheiben schneiden. Die Nüsse hacken und in einer beschichteten Pfanne unterwenden Goldbraunrös, ihn, herausnehmen und zur Seite stellen.